oh nachher wollten ja noch lukima besucher Luggie! Danke, dass du da warst, Stromie! Man sieht sich immer zweimal im Leben. Bis dahin. Tschüüüü! Richtung. Das war's für heute. Wir haben es viel benutzt. Ihr guckt immer so von oben auf uns herab. Das ist gut. Sehr witzig. Ich fühle mich immer so klein, wenn er so auf uns herabsieht. Ich komme mir wie ein Zwerg vor. Wie ein Zwerg! Ich bin ein Zwerg. Ich bin ein Zwerg. Ich glaube, wir verdienen mittlerweile genug Geld irgendwie, weil wir so viel alchimieren und so viel unterwegs auch teilweise sind. Ähm, wohin wollte ich denn jetzt? Gute Frage, Eri, Nächste? Ja, wo wolltest du denn hin, du kleine Eri? Wo wollte die kleine Eri denn hin? Das ist tatsächlich nicht mehr. Aber wir versuchen es hier nochmal. Ja, Schiff ging ganz natt. Ach, hier gibt es die Viecher auch? Ja, Schiff ging ganz natt. Es ist ein Ich weiß doch. Ich level doch gerade. Was denkst du, was ich mache? Ich loote und level mit Perfektion. Guck mal, ich renne doch hier schon in die Viecher rein. Die sind auch sogar nur level 9. Die sind voll meine Kragenweite. Hör doch mal aufständig zu meckern. Du Meckerrace. Ich hab jetzt Bock auf Türener-Pöse. Ich bin schon wieder level up. Und habe damit die Quest, die ich wollte. Ich bin schon wieder in die Viecher-Pöse. Ich bin schon wieder in die Viecher-Pöse. Ich bin schon wieder in die Viecher-Pöse. Ach, das sind MP. Ah, wie kriege ich die Dinger her, ne? Ja gut, dann weiß ich das jetzt auch. Ja, das ist eine Flüssigkeit und die trinkst du hoffentlich nicht einfach so. Ja gut, dann weiß ich das auch. Ich kann jetzt eine Special Support benutzen. Und natürlich wie immer, wir nehmen keine Erklärung. So, erstmal ein bisschen irgendwas machen. Und zwar, dass ich die Stimme verwende. Und zwar, dass ich das nicht so. Ich kann das nicht so. Aber ich kann das nicht so. 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 So, danach darf ich wieder das suchen und ich habe vergessen, wo ich hin muss dafür. Das ist mal das Schöne, Eri vergisst. Eri wird alt. So, ich weiß, dass wir das Spruce nochmal brauchten, aber ich habe mir nicht gemerkt, womit. So, ich weiß, was ich mache. So, ich habe gedacht, ich habe es jetzt irgendwo gesehen. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt irgendwie Clothes mit Gliedschaben haben. Ich glaube, wir hatten am Anfang so oft dieses blöde Inherit heat. Jetzt haben wir es gar nicht mehr. Einfach mal gar nicht mehr. Komplett away. Wenn ich nur wüsste, wo es noch mehr diese roten Punis gab, weil ich weiß, dass diese roten Puni, diese roten Uni-Dinger da das haben. Ich habe es gar nicht mehr. Ich habe es gar nicht mehr. Oh. Bis sie doch irgendwie... Red Uni. Chickwoods und Plastforets. Okay. Suchen wir es einfach mal. Aber bei Chickwoods habe ich jetzt nicht viel mit den roten Unis rausgekriegt. Deswegen... Suchen wir es mal hier. Ich glaube, damit bin ich strategisch am besten. Ich muss nicht nur mal die roten Uni-Viecher-Dinger finden. Ich habe gerade streikt das rum. Hauptsache, ich finde Klee. Ich meine... Natürlich auch nicht das, was ich suche. Ah! Wieso? Ich geh jetzt einfach nochmal raus und geh nochmal rein. So. Damit es einfach neu spawnt. Da kann man nicht sein, dass die Roten so selten sind. Die Insekten zwei, die ich gefunden habe und sie haben keine Trademark. Und keiner hat den Effekt, den ich brauche. Och, Mensch. Da freust du dich schon und dann ist es doch nicht das, was du brauchst. Schon wieder nicht. Ah, fünf Stunden später. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Immer noch nicht das, was ich brauche Ich höre schon, wie der Eis sagt Eri, bleib ruhig Ich glaube, die finde ich nur in der Nacht, die Dinger Ich habe das Gefühl, jedes Mal ein Schoko ist, finde ich die Das können alle drei weg Fallen die von einem bestimmten Baum, oder? Oh Gott Ich kann keine Beweise dazu nehmen ... Ne kann ich da? ... So können wir ein paar Cheers knew ... ... ... ... ... the on t Oh, das ist gut. Es gibt absolut nicht das, was ich will und brauche. Das sind ja schon die einzigen beschissenen zwei Orte, wo ich sowas finde. Und dann kriege ich die Dinger nicht mal mit dem, den ich gerne hätte. Und ich bin 100% sicher, der hatte dieses Inherit-Beat. So blöd kann ich doch gar nicht sein, wenn ich so sehr erinnere. Ich bin einsker. Ich bin einsker. Und ich freue mich jetzt von Ihnen aus. Ich liebe es, ich bin ich draußen. Ich bin ich dann noch eine Kofferung. Ich bin ich direkt in der neuen Kofferung. Oh! Oh! Hmm. Well, let's go. Oh! 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 Ich meiste jetzt alles daraus, was keinen Effekt wert hat. Ich habe einen Einzug auf den Lübber, die ich mir nicht mehr auf dem Lübber, die ich mir nicht mehr auf dem Lübber und die Lübber. Ich habe einen Lübber und die Lübber und die Lübber mit dem Lübber. Natürlich ist der Rucksack immer noch zu klein. Er wird doch nicht größer. Ich habe gedacht, durch das Erschaffen des Rucksacks geht das. Aber der ist halt nur so wie ein... Ja, wie soll man sagen? Wie so ein Item, weißt du? Wie so ein Equip. Nichts, was sich jetzt wirklich größer macht. Ich muss hier wirklich warten, bis es dunkel wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich weiß es nicht. Es muss dunkel sein, dann kriege ich die Dinger. Ist doch nicht dein fucking scheiß Ernst. Ich beschreie nicht. Ich gehe jetzt mal gucken, was ich alles dafür brauche. Ich will wenigstens wüsste, was davon... Ich will wenigstens wüsste, was davon... ...inherit Heat haben könnte. Außer diese blöden Uni-Dinger. Die Uni-Dinger sind halt auch wegen Schießpulver. Holz wäre da natürlich auch sehr wahrscheinlich mit Inherit Heat. Aber hat sie ja nösch! Eri regt sich auf. Wie ist das so 5 Milliarden Sachen und keines davon hat Inherit Heat? Doch hier... Doch hier... ...dann ist es so 5 Milliarden Sachen. Doch hier... Nichts davon. Ich mache jetzt einfach rein aus Protest diese blöden Handschuhe. Ist mir doch egal. Mach ich ja nicht für mich den Scheiß. Ich kann auch ruhig was Effekt-Trade-Loses kriegen. Weil Arsch vorm Herrn. Das war's für ein habe. Ich kann es nachher in den Schafeln noch never. Ich kann es nicht. Ja, das ist gut. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Das ist gut. Ihr habt ja gepackt. Wir wissen ja gar nicht, wo die beiden wohnen. Also, Atomina! Ich dachte, dass ich schon seitdem, was ich gekauft habe. Oh, das war gut. Wir haben gerade gerade gemacht. Ja! Oh, das ist eine große Herausforderung. Das ist toll, Becuret. Dass ich so jung, dass ich so viele Dinge verwenden kann, Sofie ist eine große Künstler. Okay. Okay. Wir wussten, dass ich das nicht mit Liebe gemacht habe. Also, jetzt noch mal, bis zum nächsten Mal. Sophie ist so einfach, glücklich zu machen. Sie haben mich gelobt, oh toll! Jetzt auch immer die Main mit Aktionen während der Erkundung. 10 LP erholt. Ach ja, hier kriege ich das her, genau. Warum sammeln wir überhaupt Spinnenweben ein? Und die Sammeltmann-Spinnenweben. Was ist das, was ich zu machen? Und dann wird das, was ich weiß, was ich nicht mehr glaube. Also, das ist ein Schwerpunkt. Ich habe das, was ich mit der Erkundung. Ich habe das, was ich mit der Erkundung. Alter, das ist aber knapp. Er hat fast in den Geist reingerannt. Fast in Ghostie. Das wäre fast ein bisschen geistreich gewesen. Lass mich in Ruhe, ihr blöden Vögel. Das ist ein bisschen Ruhe, bevor ich schreihe. Ich bin immer mutig. Ich bin immer noch ein bisschen geistreich gewesen. Oh, sorry! Ich habe es geschafft! Ich habe es gefühlt! Ich habe es gefühlt! Ich wollte mutig sein. Sofie... Ich habe mich sehr großartig gemacht, wenn ich von meiner Frau nach Hause kam, dass die Atelier sehr großartig ist. Es war sehr, 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 sehr. Oh, ich habe mich als eine Einladung gemacht. ... Ah, ahaha, sorry, ich habe ein bisschen zu sprechen. Oh, jetzt ist es okay. Monika und Oskar können auch gerne hier spielen. Aber es war ein bisschen süß. Aber es ist nicht so. Warum? Das ist ein bisschen so, was ich? Ich habe mich, dass die Plaston hier sein kann. Wenn ich mich, die Plaston hier sein kann, dann kann ich sie nicht nur ein, das ist. Ich habe mich, dass sie es so schön ist. Deswegen, ich habe mich nicht so viel angeschaut. Ich habe mich mit Plaston hier gesehen, weil ich mich mit Plaston hier bin, wenn ich mich mit Plaston hier bin. Ich bin wirklich, dass ich mich mit Plaston hier bin. Oh mein Gott, Plakta tust jetzt Sophie. Beste Freundinnen fürs Leben. Wer bringt die eigentlich zurück, wenn die vollkommen ausgelöscht wurden? Ja, das ist das. Aber ich denke, ich habe viele Erinnerungen verloren. Ich habe mich nicht vergessen, dass ich mich nicht vergessen habe. Wenn ich mich nicht vergessen habe, dann werde ich mich nicht vergessen. Dann schreiben wir dich wieder voll. Wenn ich mich nicht vergessen habe, dann werde ich mich nicht vergessen. Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich entschieden. Ich werde mich natürlich wieder zurückziehen. Ich werde wieder zurückziehen und wieder zurückziehen. Ich werde keine Angst haben. Wir erinnern uns nochmal, warum sie das tun will. Weil dieser Kessel des Wissens. Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich nicht vergessen. Ich habe mich nicht vergessen. Ich werde mich nicht vergessen. Wenn ich mich nicht vergessen habe, dann werde ich wieder zurückkehren. Vielleicht wird es Zeit, aber... Ich werde es sicherlich machen. Ich glaube, ich werde es noch nicht順ig sein, aber... ... ... ... ... Facă nur vergessen... ... ... ... Nein... ... ... ... ... ... ... Sofie, ich habe mich nicht wirklich verstanden, dass ich mich überraschend habe. Sofie, ich habe mich auf die Rede, richtig angetanzt. Wenn ich mich nicht vergessen, dann werde ich mich nicht vergessen. Äh... Äh... Ah, das ist gut! Oh, das ist so. Das ist gut. Okay, das ist gut! Ah, das ist gut! Ah, das ist gut! Das ist gut? Das ist gut! Welche特性? Das ist gut! Ich kann immer noch nicht den Kodex erschaffen, mir fehlt außerdem noch Zettel. Warum fehlt mir Zettel? Ich kann immer noch nicht die Kodex. So, jetzt fehlen keine Zettel mehr. Zettelwirtschaft. Hm, Aktion während der Erkundung. Wahrscheinlich bin ich gestorben. Das wird eine gute Aktion gewesen sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, nichtsdestotrotz für heute ist erstmal Sense. Ich kriege langsam ein bisschen Kopfweh. Wir haben einiges geschafft, denke ich mal. Ich denke mal, wir haben einiges an Story durchlebt. Das nächste Mal müssen wir uns halt wieder ein bisschen mehr aufs Grinden und Alchemieren machen, um irgendwie in der Story teilweise weiterzukommen. Ich glaube, sonst kommen wir hier nicht weit. Ja, ich danke euch fürs dabei gewesen sein. Wünsche euch heute noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns morgen mit Arno Search. 18 Uhr. Da mal sehen, bis 20 Uhr, glaube ich. Hab euch lieb. Tschö. Untertitelung des ZDF, 2020